Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hätte eine Flamme gegeben Und ich habe für die Zigaretten willen Feuer vom Hölzli nehmen Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen Und es hätte noch fast ein Loch in den Teppich gegeben Ja, man weiss, was kann passieren, wenn man nicht aufpasst mit Feuer Und für die glühten Zigaretten ist ein Teppich doch da zu teuer Und vom Teppich hätte auch Grusse können das Feuer ins ganze Haus Und wer weiss, was da nicht alles noch wäre worden draus Es hätte einen Brand gegeben im Quartier und es hätte die Feuerwehr müssen kommen Hätte gehornet in den Strassen und den Schlauch vom Wagen genommen Und sie hätte Wasser gespritzt und das hätte eigentlich nichts genutzt Und die ganze Stadt hätte bränt, es hätte sie nichts mehr geschützt Und die Leute wären nur gesprungen in der Angst um Hab und Gut Hätte die Gemeinschaft einen Feuer gelegt, hätte das Sturmgewehr genommen ihr Wut Als hätte bräuchten, wer ist schuld, das ganze Land in einem Tumult Dass man geschossen hat auf Bundesräte am Rettnerpult Die UNO hat interveniert und die UNO Gegner sofort da Für in der Schweiz den Frieden zu retten wären beide mit Panzer gekommen Es hätte sich aus dem Nahdiena auf Europa, Afrika Es hätte einen Weltkrieg gegeben und die Menschheit wäre jetzt nicht mehr da Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hätte eine Flamme gegeben Und ich wollte für die Zigaretten Feuer vom Hölzli nehmen Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen Gott sei Dank, dass ich es vom Teppich wieder fort habe genommen Gott sei Dank, dass ich es vom Teppich wieder Ich habe ein Zündhölzli Ich habe ein Zündhölzli